Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Cripes, Punishments, Shutter Combs! Weil, einfach nur Gepass of Risen. Lass ich mir die wieder neu. Ja. Achso, ich muss alle drei, also die letzten zwei noch. Boom! Ah, ein bisschen zu tief. Opa hat noch gesessen. Okay, gut. Boom, 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 boom. I want you in my room. Ich versinnere jetzt den Schwack-Moment nicht aus dem Atem. Fuck, das war gerade eben richtig gut. So. Ja, dann cross it mal, der Cross-Trainer. Ja, oh, ist das... oh, ist das... oh, ist das... oh, 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 oh. Ahhhh! Okay. Ich verstehe sein Problem nicht. In Form, du kannst auch einfach schwimmen. Das ist mir ohne Spaß. Weil du kannst dich an den Seilen festhalten Irgendwann kannst du dich dann auch noch hochharmeln Weil die Strömung scheint mir jetzt auch nicht so krass zu sein Naja Du tust jetzt wohl als äther Barbarossa oder was Okay Oh, ey, du bist jetzt schon auf dem Stein Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann Du bist doch schon auf dem fucking Stein Ja, da ging es runter und da war wohl anscheinend schon jemand drunter Nein, da ist Tante Agatha's einfach leer, Alter Mithras Tempel Boom, 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 boom Sind hier irgendwelche fallen? Dann werde ich wie ein Pfeil ins Knie bekommen Weil ich dann halt nach Skyrim gehen kann und sagen kann One is a wonderer like you Oh Gott, arrow to my knee Ist das hier, Amos? Frigidarium, ja Ja, fuck, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen besser aufpassen müssen mit den Zeichen Symbol Ich hab's einfach angeklickt Das ist doch die hier von Athena oder Diane Ich hab schon mal vergessen Erstmal hier lang Bin falsch, dann falsch Das ist so ein Zauberlabyrinth Zauberlabyrinth Oh nee, da muss ich ja immer den scheiß richtigen Weg gehen Oh, das ist ja blöd Das ist ja blöd Das ist ja Ja, wo hab ich denn Hinweise dazu? Okay, das ist dann Wahrscheinlich hab ich schon dann Wenn es da Gasse ist, dann ist das hier schon mal gut Dann weiß ich schon mal, der Weg ist falsch Aber ich bin noch nicht komplett falsch, weißt du? So, der Helm Ist gelogen Nehmen wir mal die Brücke Die Brücke geht nach oben Hab ich jetzt richtig gelegen? Ja, was ist denn, dass ich mal irgendwie alle Irgendwie Auf die gleiche Höhe bringen muss Okay Geht's sogar auch nicht Warum geht der denn da hoch? Boom Wow Jetzt sind alle oben, ne? Da geht's runter Dann geh ich einfach noch runter Ohne Sinn und ohne Verstand Mach ich das hier Mein größtes Problem ist Selbst wenn ich richtig bin Wie komm ich hier wieder raus, na? Ich geh mal da Immer wo es irgendwie runter geht Weil dann geht man auch immer tiefer in den Tempel Oder halt in der Todesfalle Oder auch nicht, wenn man wieder hoch geht Scheiße, Alter Fuck, Alter Ich bin komplett lost Scheiße, Alter Ich bin komplett lost Hätte ich mir irgendwie vorher Ein Riddle oder sowas durchlesen müssen Und verstehen müssen Es gab bestimmt irgendwo einen Hinweis Und ich hab einfach so gesagt Yo, Zero Fox Given Oder hätte ich mir irgendwas dann im Becken merken müssen Okay Da kam ich her Und das war dann hier der andere Weg Richtig, richtig, ne? Tipp, 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 tipp Warum hat keiner Brotkrumm dabei? Oder irgendwie ein Seil? Okay Da ging das komplett Schrott Ich muss zurück zum Atrium So, du warst böse Probier ich mal direkt den daneben Oh, diese Treppe ist wieder sympathisch Fuck, Alter Ich kam gerade Aus der Mondsichel raus Und raus bist du Hätte ich mir mal diesen Brot auf dem Boden angucken müssen Warum hörst du denn? Wir sind hier nicht in der Tunnel Darkness Das wäre jetzt hier nicht so wichtig, weißt du? Dann probier ich mal hier die Spindel Fuck, Alter Wo kam ich da her? Oh, wie Komme ich wieder da zu einem? Das sind zwei verschiedene Atrium-Räume Man, stimmt, ich hab mich komplett verlaufen Holen wir mal den Helm Oh Gott, da geht's wieder hoch Da wird's dann grün Nicht richtig Jo, ne? Da sind Leichengase Alter, hab ich's geschafft? Ja, weiß ich nicht, aber es hat nicht irgendwie Guck mal, kaputte Laternen Das heißt, hier war jemand Wahrscheinlich Nein Stimmt Alter, hätte ich hier irgendwie Fucking Notizen von dem Penner finden können Oh, Hebel Oh nein, verschiebe ich den Wasserstand Oder ist das so ein scheiß Gitterschieberätsel, das ich dann Oh, fuck, yo Muss ich jetzt mit Watson spielen? Oh, ist das cool Ähm, was ist denn bei mir, LT? Watson lenkt sich auch nur so Fuck off, Junge, einfach Fuck, fuck, fuck Er hat schon krass, Eternal Darkness-Vibes gerade Das Problem wird, wenn ich einen von den beiden rauskriegen muss Dann wieder LT So, was hat mir, oh Hat mir der, oh Jetzt hab ich die Wahl War das jetzt direkt neben mir Ja, oder war es direkt neben mir Okay, so So, ich hab jetzt einen goldenen und einen grünen Oh, sah einfach nur so aus von der Farbe her Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Das wäre ganz gut, wenn du deaktivierst Und einmal mal hier durchflitzt, mein Freund Du rennst gar nicht, obwohl ich hier renntaste Jetzt kannst du nach Hier nochmal die Taste Aha, dann kann jetzt unser Watson einmal sich die Finger verbrühen Könnt ihr nachher einsperren Wir nehmen mal den durch Oh, oh Passt das zusammen Da passt zusammen Da unten Wörtvolle Geheimnisse Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung Anfront der, wer eine Bombe angeschlagen hätte Damit hätte er den jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstechen Und den Ruhm und die Ehre ganz alleine einstreichen können Motiv Paranoia Garrows Leiden wurde zu stark Nach Sir Rodneys großer Entdeckung Vervier in Angst vor dem Mithras Fluch Und wickelte er eine extreme Paranoia Oh nein, hat er das wirklich gemacht? Der Bekloppte Garrows Eisdolch Er tötete Sir Rodney in seinem obsessiven Anfall Aufgrund seines extremen, nervösen Zustandes Sein eigenes Leben zu lindern Blieb ihm nur ein Ritualmord berührt Dabei verwendete er eine Reproduktion des goldenen Dolches von Mithras aus dem Eis Keine Gnade für Garrow Er gehört in eine irrende Schalt Das ist ein Psychopath Es ist nicht zu erklären, ob er den Mord mit voller Absicht beübt hat Oder getrieben wurde von seiner Krankheit Er muss lebenslang verkehrt gezogen werden Oder er muss zur Behandlung an einen Heilandstand gehen Für den Tod von Ben Cliff Trägt er keine Verantwortung Da unter der starken psychotischen Wirkung eines Medikaments stand Er kann auf seine Genesung hoffen Boah, das ist jetzt voll schwierig Tut mir leid, aber ich mach keine Gnade Ja Bob, komm ich jetzt hier automatisch raus? Bitte sag ja Fuck yeah, fuck yeah Fuck the system Oh Gott, ja Ich brauch den Scheiß nicht mehr machen Gut, dass ich dann nochmal reingeschaut habe Fick die Hähne Fick die fucking Hähne Ich bin so blöd für das Ich bin so froh, dass ich daraus bin Habe ich wahrscheinlich jetzt eine Cutscene übersprungen Aber ist mir scheißegal, Leute Ich will einfach nur raus aus diesem Kackding Und ich bin raus Ich hab's geschafft Mr. Garrow The game is up I see straight through you You see straight What? You have a decided talent In mind manipulation We all believed your comedy The Medication Almost tricked me I'll admit But all of it was fake The hallucinations The hysteria Mr. Garrow You are a dangerous psychopath And a clever murderer The method by which you disposed Of the crime weapon Oh my god I killed him It is no use to deny it I despise cowardice in any form Oh na, hab ich den falschen What will you do with me? You will be sent to a medical institute Where you will receive the best treatment To facilitate your full rehabilitation What the good doctor Watson is trying to say is Life seclusion in a lunatic asylum awaits you I would rather be dead Wer wird sich umbringen? That is your choice Ohoho, sehr nett Oh, ich hab so Angst Ist das jetzt richtig? Halt, hmm Woom ist das rot? Schlussfolgerung, Garrow, Eisdorch, Garrow, Ausdorch Keine Gedanken vor Garrow Ist das jetzt richtig? Entscheidung bestätigen Wow Ihr habt euch alle für den moralischen Scheiß entschieden? Ich nicht Weil ganz ehrlich Auch wenn er durch ist Aber wer sowas plant Ja und auch Es ist so viel Mühe gibt Junge, der tickt nicht ganz sauber Und ich würde auf jeden Fall Den Part an dieser Stelle benden Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich wünsche euch viel Spaß Bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal wieder